Okay, was ist hier los? Das sind ja nur Eulen, oder nicht? Das sind aber auch 5 Eulen, die die Brücke versperren. Und alle Leute mit... Star-Sold-Drag-Brand. Da der hier. Finde ich irgendwie lustig, muss ich sagen. Das war ein bisschen laggy, aber... 4 Stück sind es, oder? Haben die die Wache getötet? Nee. Guck mal, die fangen einfach hier den... Ah, jetzt kommt eine Wache. Oh, oh. Okay, jetzt sind wir in Überzahl. Können wir einen Alimove machen? Allianz, greift immer an, wenn sie Überzahl sind. Gehen wir mit rauf. Aber auch nur dann. Unterzahl nie angreifen. Das ist so ein... So ein typischer Alimove, ne? Nee, kein Speedrun heute. Was hat das mit Sweden's Finest auf sich? Das ist meine neue Gilde. Wir sind jetzt... Schwede geworden. Jo. Die haben die Notiz rausgenommen. Die haben die Notiz rausgenommen. Die haben die die Notiz um, Bogen. Und die sind die nicht so, Bogen Sie zu haben. Die haben die Notiz Impfung übernimmt taken.